Von Diana Schafrath und Kim Walbrüll Sie wird endlich Oma, zum ersten Mal. Die Freude bei den Lussins ist riesig. Renata und Valentin kriegen ein Mädchen. Für die große Gender-Reveal-Party ist Renatas Mama sogar extra aus Russland angereist. Nach der schweren Zeit für ihre Tochter wollte sie diesen besonderen Tag einfach nicht verpassen. Wie sehr sie in den letzten Jahren mit Renata gelitten hat, wird oben im emotionalen Mama-Tochter-Interview klar. RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp. Hier direkt ausprobieren. Let's Dance, Liebling Renata. Sie wollte jeden Tag bei mir sein. Dreimal innerhalb eines Jahres hielt Renata Lusin einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Dreimal verlor sie ihr ungeborenes Baby. Was die Let's Dance-Tänzerin und Ehemann Valentin Lusin 2022 und Anfang 2023 durchgemacht haben, ist kaum vorstellbar. Das weiß auch Renatas Mutter Elvira. Im RTL-Interview wollen wir von ihr wissen, Wie sie diese schweren Zeiten erlebt hat. Als Renata die Frage auf Russisch übersetzt, kommen ihrer Mama direkt die Tränen. Noch ehe eine der beiden geantwortet hat, liegen sie sich Mama und Tochter weinend in den Armen. Schließlich übersetzt Renata. Für sie ist das auch sehr, sehr schwer gewesen. Sie hat auch sehr viel geweint. Sie wollte jeden Tag bei mir sein. Doch genau da lag das Problem. Durch die große Entfernung zwischen Deutschland und Russland konnte Renatas Mama nicht so für ihre Tochter da sein. Wie sie es sich gewünscht hätte, erklärt sie im Interview. In diesem wichtigen Moment muss sie neben ihrer Tochter sein. Doch Anfang Oktober gab's endlich unglaubliche Nachrichten. Renata und Valentin erwarten ein Baby. Zum ersten Mal kann die 36-Jährige die Schwangerschaft genießen und auch zelebrieren. Als Renatas Mutter erfahren hat, dass sie und Valentin eine Gender-Reveal-Party feiern, hat sie deshalb keine einzige Sekunde gezögert. Über 16 Stunden Anreise und spontan Urlaub beantragen, für Elvira kein Hindernis. Renata erklärt, für sie war das alles egal und unwichtig. Sie wollte dabei sein. In diesem wichtigen Moment muss sie neben ihrer Tochter sein. Abgesehen davon, dass sie Renata unbedingt unterstützen wollte, geht auch für sie ein Traum in Erfüllung. Sie wird endlich Oma. Zum ersten Mal. Nach all den schweren Monaten darf sich die Familie jetzt endlich auf ein aufregendes Neues Kapitel freuen, dass sie sicher noch enger zusammenwachsen lässt. Let's Dance Weihnachtsshow steht kurz bevor. Bald könnt ihr Renata und Valentin nochmal auf dem Let's Dance Parkett in Action sehen. Am 22. Dezember, ab 20.15 Uhr, läuft bei RTL nämlich die große Let's Dance Weihnachtsshow. Hier gibt's alle Infos. Mam 22. Dezember, ab 20. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.